Guten Morgen, mein Name ist Ingo und jetzt morgen Kaffee. Nein, ich bin einer der Mitorganisatoren von Bikerzeigen Herz für Kinder. Heute versammeln wir uns in Dessau auf dem Flugplatz, um unsere große Ausfahrt zu gestalten. Das ist unsere vierte Ausfahrt. Wir erwarten ca. 850 Biker, die eine Ausfahrt von ca. 50 bis 55 Kilometern machen. Die Startgebühr von ca. 10 Euro kommt in den großen Spendentopf für die gute Sache. Integrative Kindertagesstätte, das Projekt des Bikerzeigen Herz für Kinder. Das Wetter ist heute nicht ganz so gut und wir freuen uns trotzdem, dass so viele Biker gekommen sind. Und wie ich gerade so sehe, im Prinzip kommen viele, viele jetzt noch hinzu, sodass wir doch eine hohe Summe heute zusammen kriegen, um unser Projekt fertigzustellen. Es sind also eine Rekonstruktion der Spielanlagen von den Kindertagesstätten vorgesehen. Danke. Vielleicht können wir beimatroprägern. Ich freue mich. Waaaaah. W أوh. Wooooah. Untertitelung des ZDF, 2020